Guck, bist du mal hier? Auch wenn das vorhin nicht so erfolgreich war. Oh shit, Junge. Was ist ab? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade ernsthaft rausgefunden habe. So, wofür ist das denn überall? Na toll. Entscheide dich falsch und du kannst alles nochmal machen. Oder ist es ein Labyrinth? Also so labyrinthsmäßig, das wäre mir schon sehr lieb. Nicht, dass ich jetzt hier wegteleportiert werde und dann... Muss ich hier dafür nur irgendwas drücken? Oh. Ich drücke trotzdem nochmal alle durch. Ah, nichts passiert. Bomben. Bomben. Pfeile. 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 Okay, der Raum war ziemlich sinnlos. Zack. Ab in den nächsten Raum. Und nein, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Nehme ich mal die. Okay, wäre anscheinend egal gewesen. Was ist das hier drüben? Nix. Ach, ich könnte... Ah. Ich glaube, ich weiß jetzt mein... Mein Ziel. Okay, doch nicht. Ah, doch, 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 ich weiß es doch gut. Ah, es tut wirklich gut, den Beam wieder zu haben. Ah, jetzt bin ich hier. Auch wenn ich da jetzt nicht hin wollte. Ich wollte eigentlich das hier öffnen. Okay, bringt nicht viel. Okay, bringt nicht viel. Bringt nicht viel. Nächster Raum. Wo ist gerade dieses... Was ist hier hinter? Hä? Oh nein, das ist sowas. Bam. Ja, das war ein guter Trick. Gib ich zu. Irgendwie konnte man das sehen. Äh, ich hab aber... Hab das vielleicht vergessen. Ah. Ich sehe es jetzt die ganze Zeit. Ne, ich sehe es noch kurz. Das ist schade. Äh, da fehlt mir noch was. Oh nein. Wenn ich da hochgehe, dann werde ich wieder ausgesperrt werden. Selten dämlich. Da ist natürlich jetzt eine Magieverschwendung, aber... Kann ich den so schief? Ja. Na toll. Das ist zum Beispiel ein bisschen falsch. Ne, zum Glück nicht. Gut. Nur zur Sicherheit. Oh nein. Holy shit. Das war grad so unendlich dämlich. Oh nein. Nein. Ich weiß, was hier passiert. Ich soll jetzt das anzünden und dann runterrennen, wetten. Das ist mir zu brutal. Das ist mir zu brutal. Ach man. Das ist mir zu brutal. Ach man. in diesem Raum. Das ist wahrscheinlich Glücksspiel. So ein bisschen. Ich spreng einfach mal das. Ach ne. Ist nicht mal sprengbar. Ja. Wartet. Hier muss ich rein. Ich hab Angst. Okay der war easy. Ich glaube ich stell mich mal hier so hin. Mal jetzt auf einmal in die andere Richtung. Okay ich spiel etwas zu risky. Zack. 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 Der rastet jetzt doch aus. Letztes Mal ab einem letzten Kampf dachte ich dann irgendwie der rastet nicht aus. Aber diesmal ist er ja doch ausgerastet. Äh ich kann nach oben und nach. Ich geh mal zuerst nach oben weil das. Weil es nur ein Raum ist. Master Key. Nice. Bomben. Pfeile. So die werden besiegt. Aber mit diesen. Mit diesen Rennstiefeln kann man gar nicht wegrutschen. Zack. Oh das ist ja nett. Ab. Wie viel Flaschen platz habe ich noch. Eine. Grüne. Ne. Was war das denn jetzt? Von mir aus. Ich weiß halt nicht. Warte mal. Okay das grüne. Dann trinke ich mal das grüne. Nehm dafür lieber noch eine Fehl mit. Jupp. Und hoch geht's. Oh. Oh. Und das ist das rote Gewand. Die rote Rüstung. Sie schützt dich noch besser als die blau. Links sieht immer abgespaced aus. Ich frag mich. Warte mal. Okay. 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 Ich merke mir das jetzt mal. Vielleicht kann ich das. Also ich muss ein Teil nach rüben. Ein. Ein Teil nach rüben. Und da ist es dann. Ach Mist. Eins. Eins. Zwei. 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 Und jetzt ist es hier am Rand. Also. Also dort. Okay wäre so schön gewesen. Na maa. Jetzt wird doch nochmal einsetzen müssen. Okay, das war zugegebenermaßen knapp. Ach, jetzt leuchtet das auf. Jetzt ist mal gleich gesagt, Junge. Ach, Mann. Aber im Endeffekt hat mir das rote Gewand jetzt rein gar nichts gebracht. Hm. Ich dachte eigentlich, das Teil öffnet diese Tür. Jetzt bin ich ja genauso hilflos wie vorher eigentlich. So, ich habe jetzt ein paar Anhaltspunkte gefunden. Äh, ich will... Jetzt, ähm... Also, was ich da unten machen soll, keine Ahnung. Deswegen... Deswegen gehe ich jetzt mal nochmal hier rüber. Ach, ich bin so dämlich. Damit kann ich auch falsch liegen, aber vielleicht liege ich auch richtig und das ist mir wert. Hm, ich will erstmal den Feuerstab aus. Auch anders ist natürlich jetzt wieder meine Magie... ...meine Magie belastet. Ich habe vielleicht die Idee, dass ich jetzt... ...zuerst... ...ääh, dass ich das so mache. ...zuck. Zack. Und zack. Zack. Und zack. Okay. Hä? Hä? Äh... Es ist grade, er hat durchgeglitscht. Du musst mich verarschen? Ach doch, geht. Hey, das Teil ist ja voll OP. Gut. Jetzt wo ich nochmal die Fähigkeit davon weiß, komme ich doch gleich viel weiter. Aber es ist nett, dass da so kommuniziert wird, dass man mit diesem Stab alles machen kann. Kann ich auch von hinten öffnen? Okay, jetzt sind ein paar Rubine. So, wo führt mich das Ding hin? Bam! Okay, das war dämlich. Warte mal! Ach, der braucht Magie! Oh! 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 Okay, das war so, dann gebe ich zu. Noch ein Schlüssel, das ist praktisch. So, gibt es hier noch einen anderen Weg? Ne, ich muss hier runter. Ja, am Anfang habe ich ein bisschen gestruggelt. Und dachte, ich komme hier niemals weiter. Jetzt denke ich schon mal noch das gleiche, aber es geht wenigstens jetzt ein bisschen voran. Alter Link! Ja, ich weiß, Link kann nichts dafür, aber... Ernsthaft? Bist du seriös? Au! Einfach durch! Nicht mit mir! Mhm! Mhm! Ja, sowas habe ich... Sowas habe ich mir schon gedacht. Au! So, wo führt mich das hin? Oh nein! Wobei doch hier, hier habe ich... Ja, hier kann ich es mir wenigstens anzeigen lassen. Ah, ich bin dumm. Ich bin verdammt dämlich. Geht es hier irgendwie nach oben oder unten? Ne. Ach, jetzt bin ich hier! Bleibt das offen? Ne, geht zu. Okay, das hat mir jetzt was gebracht? Ich glaube gar nichts. Habe ich irgendwas bekommen? Oh mein, ich komme mir zu verarscht vor. Okay, dann wäre das geschafft. Äh, nächste Etage. Zack. Wer drauf hätte ich auch Silber bekommen können? Bin ich aber nicht. Kann ich mir das damit irgendwie erleichtern? Loll. Damit es auch schön nervt. Achso, das sind... die Bogentypen. Die können mir aber nicht mehr so fair anhaben. Ah, nur wegen der Sicherheit. Sicherheitshalber. Äh, zack. Warte mal, wenn einer schießt. Okay. Ähm. Ne, hier gibt es nichts mehr. Ja. Jetzt geh ich hier hoch. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Ja, ich komme der Sache schon näher. So, jetzt geht es da hoch irgendwie. Hier. Cheat. Holy shit. Habe ich doch gleich gewusst. Pfff, was kommt jetzt denn auf einmal? Easy. Ohne Verluste. Einfach durch. Verliert sein Herzen. Hä?